Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute gibt es richtig coole Kakaosorten im Test und die habe ich mir gerade im Netto Supermarkt gekauft, denn da sind sie seit Donnerstag im Angebot und ich glaube die gibt es auch nur dort, oder? Wenn nicht, schreibt mal in die Kommentare und wenn ihr die noch woanders gesehen habt, vielleicht gibt es ja auch im Kaufland Real, Rewe oder Edeka. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die schmecken. Ich habe schon mal den Milky Way Kakao hier getestet, aber noch nicht mit Magic Stars, das ist neu. Da sind so Schokoladenstückchen drin. Dann haben wir den M&M's Kakao und der hat natürlich, oder soll M&M's im Kakao haben und Bounty und auch Bounty Kakao hat hier Schokoladenstückchen. Ich bin wirklich sehr gespannt, welche Sorte mir hier am besten schmecken wird. Für den Kakao habe ich noch etwas ganz besonderes ausgesucht, nämlich eine richtige Biomilch regional lokal, habe ich mir hier gegönnt, heute aus dem, wo habe ich die gekauft, entweder Rewe oder Edeka, was ist die Hump vom Humpfelderhof, fettarm, bio, regional, den Kühen geht es gut, ist mir ganz wichtig. So, ich glaube, wir fangen gleich erstmal mit Bounty an, oder? Ja, und die Milch. Zur Feier des Tages mache ich die Milch auch mal warm, ihr Lieben. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt entschieden, drei Gläser Milch in die Mikrowelle zu machen, damit wir das gleich auch schön parallel testen können. Aber vorher wollen wir doch mal gucken, wie sieht es denn eigentlich aus in dem Kakao, oder? Warte, ich habe bestimmt auch mal reingucken. Ich denke, das geben wir mal einen Blick in die Tüte. Aha. So sieht der Bounty Kakao aus. Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Magic Stars Tüte. Wo sind denn die Sternchen? Die werden wir gleich hoffentlich noch sehen. Okay. Und einen Blick in die M&M's Kakao verpacken, wollen wir auch mal werfen. So, so sieht es da aus. Ah ja, jetzt ist meine Ware schon an M&M's zu sehen. Damit ihr auch alles mit den rechten Dingen zugeht, wir haben drei verschiedene Gläser und wir haben auch drei Löffel. Wir legen los und fangen an, den Bounty Kakao hier umzurühren. So, damit ihr das auch seht. Jetzt sollen wir drei bis vier gehäufte Löffel nehmen. Ich bin jetzt mal ein bisschen bescheidener, weil... Oh, ah ja. Ich habe das Glas ja auch nicht ganz voll gemacht. Ich mache einfach mal drei. Drei anstatt vier. Das Ganze gehören wir jetzt rum. Und das ist jetzt hier der Bounty Kakao. So. Alles ein bisschen eng hier, aber schön improvisiert und mit Liebe zubereitet. Warte geht's mit dem Magic Stars. Mal schauen, ob wir auch... Ob ich hier auch Sterne reinbekomme. Ich greife jetzt mal ganz tief unten rein. So, der erste Löffel ist im Glas. Der zweite Löffel und der dritte von ganz unten auch noch. Ein bisschen umgerührt. Wir sehen jetzt auch farblich... Schauen wir mal, hier ist aber Milky Way. Zubauen die erstmal keinen Unterschied. Und ich denke auch, dass die von den Zutaten her sehr ähnlich sind. Am Ende des Videos zeigen wir auch nochmal die Zutaten. Zeigt euch der Jungle Go nochmal die Zutaten. So, M&M's. Zu guter Letzt. Das rühren wir jetzt auch gemeinsam an. Und dann geht es auch schon an die Verköstigung. So, oh. Hier sehen wir auch schon M&M's. Das ist ja cool. Der macht sich schon mal was her. Farblich. So, zwei. Und der dritte folgt sogleich. Ja. Ich glaube, am meisten Kakao habe ich jetzt vom dritten reingehauen. Ich stelle es mal hier hinter. Und jetzt rühren wir ihn wieder um. So, deswegen ist es hier auch am dunkelsten geworden. Weil der Jungle Go natürlich jetzt nicht super geeicht hat. Aber beim M&M's Kakao ist wirklich am meisten auf das dringelandet. So, so sehen die farblich aus, ihr Lieben. Alle drei im Vergleich. Den schauen wir uns mal ganz genau an hier. Den Bounty nochmal. Okay. Das ist der Magic Stars Kakao. Leider haben es keine Sterne geschafft. Beziehungsweise die Sterne sind natürlich schon geschmolzen, weil die Milch war. Deswegen sieht man auch keine Schokoteile mehr vom Bounty Kakao. Und bei den M&M's muss ich nochmal ein bisschen umrühren. Aber hier hat man auf jeden Fall eben M&M's gesehen. So, ihr Lieben. Und wir legen los mit dem Bounty Kakao. Ich glaube, darauf sind wir alle am schärfsten, oder? Ich bin auch total gespannt, wie der schmeckt. Und der schmeckt wirklich süß. Sehr süß, aber auch mit einem Hauch, aber auch ganz klar, nicht nur ein Hauch, sondern mir schmeckt auch ganz klar Kokos hier raus. Wow. Kakao mit Kokosgeschmack. Also Bounty hält, was es verspricht. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu süß ist, aber ich finde es für den Kakao geil. Schön süß. Damit das Ganze sich nicht hier vom Geschmack her verfälscht, muss ich natürlich noch ein Wasser zwischendurch trinken, ihr Lieben. Ich stelle einen Schluck Wasser, damit wir auch einen schönen Vergleich haben. Einen neutralen Vergleich. So. Mit dem Wasser habe ich gerade den Mund durchgespült. Und jetzt geht es weiter mit Milky Way Kakao. Milky Way Kakao mit den Milky Way Stars, die hier drin schon geschmolzen sind. Vermute ich einfach mal. Also ich habe es jetzt nicht so entdeckt. Und es schmeckt, ich habe gerade mit dem Löffel geleckt, definitiv anders. Definitiv anders als Bounty, auch wenn es gleich aussieht. Und definitiv nochmal anders als der Milky Way Kakao, den ich hier schon mal auf dem Kanal getestet habe. Wiederum auch sehr süß, aber mit einer sehr leckeren Note. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich... Na doch. Ein kleiner Hauch Milky Way meine ich hier zu schmecken. Ist schon drin. Es hat wirklich eine... Vielleicht diese Süße von Milky Way hat es. Also definitiv mehr nach Milky Way als der andere Milky Way Kakao, den ich hier schon mal getestet habe. Zu guter Letzt gibt es die M&M's. Und darauf bin ich gespannt. Da sind doch auch echte M&M's drin gewesen. Das haben wir gesehen. Und ich bin gespannt, wie der schmeckt. Es ist ja auch der dunkelste geworden, weil ich ja auch, ehrlich gesagt, am meisten Kakao reingeknallt habe. Ich glaube, es war wahrscheinlich wirklich vier Löffel. Uh, schon sehr intensiv. Oh, das war ein M&M's. Der ist wirklich komplett geschmolzen. Weil ich habe den ja wie angegeben mit... Und da war schon wieder der Akku leer. Was ich sagen wollte, ich habe den ja mit warmer Milch gemacht. Und deswegen sind die M&M's natürlich auch geschmolzen. Aber der Geschmack hier von den M&M's Kakao, der ist wirklich mega schokoladig. Von allen drei Sorten, M&M's am schokoladigsten. Die Bounty-Sorte war wirklich sehr süß, aber sehr lecker süß mit diesem Kokos-Hauf. Der Bounty-Sorte würde ich... Hm, was würde ich da geben? Ich finde die schon sehr lecker. Könnte vielleicht auch ein bisschen mehr nach Bounty schmecken. Deswegen acht Punkte. Den Magic Stars. Den fand ich diesmal richtig, richtig gut gelungen. Also wirklich definitiv besser als der letzte Milky Way Kakao. Geschmacklich bekommt er dieses Mal... Ich muss denn eigentlich einen Punkt mehr geben. Ja, ich finde in Anleitung, ein Milky Way ist dies mit dem Stars wirklich ganz gut gelungen. Deswegen bekommt er dieses Mal acht Punkte mit Sternchen. Mit dem Sternchen für die Stars. Also ich finde den schon ein bisschen besser als das Bounty, muss ich sagen. Und der M&M's Kakao, ein Stück nehme ich noch. Wow, der ist Kakao-mäßig. Okay, ich habe die meisten Löffel auch reingemacht. Das darf ich jetzt nicht mit allem fließen lassen. Der schmeckt wirklich Kakao, ist ganz lecker. Der bekommt... Wegen den M&M's aber auch, ehrlich. Neun Punkte. Weil, dann hat er wirklich M&M's, die sind so schön drin geschmolzt, man kann ihn auch im Mutte schön lutschen. Er ist wirklich mega kakaoisch im Geschmack. Er hat zwar auch den meisten Löffel bekommen, aber er ist auch am nächsten dran. Magic Stars, wie gesagt, alle drei sind wirklich lecker. Und was ist euer Favorit? Ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, Bounty ist das geilste überhaupt. Bei mir war es jetzt, und es ist nicht nur wegen dem Extralöffel, wirklich die M&M's, weil man die auch in dem Glas noch so angeschmolzen findet. Das fand ich irgendwie vom Effekt her am coolsten, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.